Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Diversity Minecraft mit Michi und dem Studi Hallo Hallo Wir sind hier wieder voll dabei Mit Rätselspass, Labyrinth Spass Und jetzt als nächstes kommt die Arena Dran Wir sind hier jetzt gerade am Anfang der Arena Mal sehen was hier alles so steht Return to Hop Unbedingt drauf drücken natürlich Gear Up ist klar Da geht natürlich das Ding so Aber hier das wären eigentlich die Regeln Die Regeln Ja nicht weil Ah das verstehe ich schon Wir brauchen keine Regeln Also mach das Tool auf Hat jemand das Tool aufgemacht? Wieso? Jetzt Habt ihr ein Schwert? Nein Ja du musst auf Gear Up Ja Silberfische Wo? Wo ist das? Warte mal wieso steht da jetzt nicht wie viele Silberfische wir killen müssen Warte ich lasse mich jetzt Ähm Los töten mich Los Nein die sollen mich töten Ja 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 Das ist gut Haben wir den Knopf vergessen irgendwie? Ja Das ist gut Ja Ja Wo bist du gespawnt? Oh Also was muss ich ab? Mach Gear Up Ich gehe nochmal alle Knöpfe drücken die hier sind Nein jetzt ist der Knopf da Ja ja ich weiss ich weiss ich weiss Warte warte Ja Komm nach unten Studi Nächste von Knopf Reward Oh da bekommt man eine Rüstung Wuuu 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 Tatsächlich Wuuu Wuuu Nein ich will auch einen Reward Wuuu Immer schön alle Knöpfchen drücken Ausser zurück zu Hop Und gif up Und gif up Ja sollten wir auch nie drücken Lass die mich schnell töten bitte Wieso? Töten eh nicht Wuuu Ja die kleinen nicht mehr Nein aber die grösseren hätten Ja Also wenn nochmal ein grösserer kommt Es muss Es kommt gar nicht mehr Oh doch Es muss Doch lass die mich töten Weil wir müssen glaube ich nicht Lass die mich noch töten Wieso? Spielts für eine Rolle wer es tötet Wuuu Ah ah Knopf ist da Knopf ist da Ich hole die Leitern Ich hab die Leitern Geh weg da Studi geh weg Studi weg Es sind keine Leute Ich hab die Leitern Ah Man muss sie platzieren Ja Gut Jetzt Rewardtruck Ne Klar Jetzt gibt's Hose Ich hab ne Hose Ja ich hab mein Schwerf verloren Wieso? Ah jetzt hab ich sie bekommen Weil es kaputt war dann hab ich ein neues Warte es kommen sie Nein Michi Du hast verloren Du bist gestorben Ne Ich weiß aber ich hab die Opelhose Scheiss es kommen alle hoch Gut Nächste Etappe Michi wo bist du? Ah du Hm Beim Slime Na du wolltest ja diese riesen Slime töten Gut Nächste Etappe Was erwartet uns Oh scheiss Woh 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 Magma Schleime Magma Schleime Woh Fleisch 2 auf 1 Das ist unfair Das ist unfair 2 auf 1 Woh Beräug dich Hilfe Woh Woh Scheisse scheisse Gut machen die Kleinen nichts Der wäre ja schon lange tot Woh Du bist echt scheisse Michi Ach nun kommt wieder ein grosser irgendwann Oh ein Knopf Ja Hab die Leitern 5 Wo müssen wir hoch? Da Ist das jetzt auch Leitern? Es hat auf beiden Seiten einen Knopf Michi wo bist du? Jetzt können wir gleich die nächste überspringen Wieso? Ja weil du jetzt wieder 5 hast Nö hab ich wieder verloren Ah Ja Ich komme Hab immer Angst dass irgendwann so etwas ganz grosses kommt So regeneriert Ja irgendwann kommt was grosses Ganz bestimmt Ja die K ist Checkpoint Wow Was ist Checkpoint? Ah Checkpoint Tatsächlich Aber das ist nach Google Jetzt muss Michi nicht mehr so weit zurücklaufen Wenn er wieder stirbt Return to beginning Ähm Au Da ist wieder einer Das ist ja viel zu leicht für uns Das ist ja viel zu leicht für uns Also für mich Also für mich Wuruu Ey Ja wenn ich die ganze Zeit von den ersten Scheissmobs Erschlagen werde Komm Schau mal Slimes kommen Wtf Wtf Komm her rüber Oh Ja tatsächlich Da ist es einer Wuh Autsch Oh Tür ist offen Holst du Oh Oh Wer hat es geholt? Der Michi Jetzt ne Ist wie beim Autofahren ne Ich hasse es wenn die Leute die sonst immer zu hinter sind plötzlich vorne sind Ne Hehehe Regeneriert Ah Oh Oh nein Darum die bessere Rüstung Schade einmal keine Pfeile am Bogen Jetzt schirbt denn der Michi wieder Das hält er nicht durch Jetzt Gut haben wir PVP ausgeschaltet ne Stellt euch da mal vor Wir hätten jetzt PVP eingeschaltet Wir würden uns selbst umbringen Ja wieso hast du nicht ey Wär doch viel lustiger Was für ein Level habt ihr schon? Zehn Elf 12 Na du bist doch gestorben Michi Oh Ja aber es zieht keine Level ab Echt? Ok Ah 3 Autsch Schweigt Äh Schweigt Wer darf zu schiessen? Scheit Autsch Voll in den Arsch Oh So hat es da Jaaaaa Knopp Knopp 7 Leitern Es sind immer mehr Es werden immer mehr Es werden immer mehr Immer mehr Immer mehr Was hat geklaut Ja Du musst nicht schon gehen Bevor ich hoch bin Regenerate Muss ich gar nicht Reward Ich habe nur ein Schwert bekommen Ich habe gar nichts Zwei Schwerter Ich habe gar nichts mehr Du hast mein Schwert Nein nein du kannst mit dir Dürken Ne bei mir Aha Aber es ist einfach zwei Ich habe zwei Hosen Scheisse Creeper Die sind aber richtig einfach So kann man sich jetzt töten Wo? Du kannst sie einfach gegenseitig Aber ich glaube wir müssen die töten Und nicht in die Luft sprengen lassen Oh Scheisse Ich glaube es gibt nur Punkte wenn wir die töten Denk ich Ich habe mal einen getötet In drei mal hast du die unten Du musst einfach auf sie zu laufen 1 2 3 Oh Ja da Hahaha Hahaha Okay Ja du musst einfach auf sie zu laufen Eiyo Ja ja Fail Alter es machen die Zombies hier Die kommen die Spectre nan Jan Geh Ja warte warte wir kommen gleich Ahaaa ich höre nur die ganze Zeit zawisiode Ich höre nur von also du musst einfach auf sie zulaufen Leute, wir müssen sie umbringen, sonst schafft wir das nie ACHTUNG Nicht zu mir Creeper Ping-Pong Alter ACHTUNG Nein Nein, nein Fiel der Schwerkraft zu Ogepfer, what the fuck, bist du so hoch geflogen? Ja, nein, ich hatte nur noch ein halbes Herd, dann ja Ich glaube, ich fahre jetzt die Level und dann Enchant mal ACHTUNG, Creeper von hinten Mach schnell, du hast einen Creeper hinter dir Ich komme, ich komme, ich komme Ich komme Geschafft, ich habe auch zwei Hosen Reward Neues Schwert Neue Jetzt Schuhe, okay Wollt ihr mich verarschen, ey? Nein Witch, wieso? Kommst du? Ich komme ja jetzt hier nie mehr durch Doch, bist du schon hier Alter Ja, weisst du wie viele Skelette standen da? Ja, ich weiss Ich war vorhin im Haufen Weisst wie viele Creeper sind da? Alter, Hexen sind auch nicht gerade einfach, ne? Ja man, alle in die Luft gespringt Scheisse Ich bin auch vergiftet Aber die können nicht gut zielen Neue Aber die Frage ist nur Ah, das ist einfach langsam Das Gift tötet trotzdem Oh oh Ich bin gleich tot 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 Ich bin tot Jetzt Das Gift tötet dich aber nicht auf null Also macht dich nicht auf null Naja, wenns dich immer wieder um dich trifft vielleicht schon Nein Nein Echt nicht? Nein, halbes Herz Aber dann steht man ja hier nie Doch, die haben auch andere Tränke Doch, sie können auch Schaden Potions werfen Oh Wenn du die zu lange leben lässt, wechseln sie die Tränke Sie ist offen Und dann ja Neun Leiter Immer eine Leiter mehr Könnt ihr mir die Lücken freihalten? Ja, mach Los Bin ja schon oben Nein Regenerate Hui Und Reward Oh, jetzt eine Eisenrüstung Ja, ich bin auch immer noch friv Ne Ich blubber jetzt zwar, aber ich bekomm Man wartet, äh Return to the Begin Ja, unbedingt Wieso machen die so Knöpfe? Wer will denn zurück am Anfang? Wer will schon zurück zum Anfang? Versteh ich nicht Vielleicht ein neues Schwert holen, obwohl das die ganze Zeit dann wieder neu ist Ja, genau Okay, das mit den Spinnen, das muss jetzt schnell gehen, das geht auch schnell, ne? Aber das Ziel ist sicher bestimmt, die so 50 Spinnen oder so Das ist ja so leicht Was für Monster hatten wir noch nicht? Den Ghast Diese komischen Oh, scheisse Die Menschen Gabe Spider Nein, und die Schweine... Die Schweine Priester hatten wir noch nicht Die Schweine Priester Ja, wie sagt man den? Zombie Ja, die Zombie Zombie Pigmen Ja, die Zombie Pigmen Scheisse, ich hab nur noch ein halbes Herz Und das von Spinnen, schäm dich Ach, alles voll Ja, ich... Ey, es ist ja offen Wie lange ist es schon offen? Ja, schon die ganze Zeit Aber die kommen dir nach Aber die Leitern können sie nicht hoch Nein, aber nicht durch die... Durch das Einzelne, vergiss es Hehehe Reward Eisenhose Wir sehen, wir... Wir kommen immer ein bisschen voran Wir bekommen immer bessere Sachen, ne? Äh, aber ich hab mein Schwert nicht mehr Jetzt hab ich es wieder Oh nein Was kommt jetzt? Wie gesagt, Cave Spider Ah, war ja klar Oh 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 Einfach weglaufen, immer rettula... Immer nach hinten laufen Und schauen, dass keiner hinterher steht Ja, bringt dich auch nichts Ja, du musst einfach schauen, dass keiner hinterher steht Ey, vielleicht können wir im letzten Raum Unser Schwert entchancen Vielleicht ist im letzten Raum der Drache Vielleicht sterbe ich auch in dieser Zeit Einfach so Ich sterbe auch gleich Ah, Hilfe! Ah, läuft nicht zu mir Ja, Entschuldigung Wir laufen gerade... Keine Ahnung wie viel... Oh, Scheiss Keine Ahnung wie viel Spinnen... Regenerier gerade Ah, Gott sei Dank Hier ist ein Checkpoint Das ist gut Hö, du hast die Leitern Hö, du hast die Leitern Ich kann einfach durchlaufen Ja, weil ich sehe alle Kille Oh Ja, hast du die Leitern still? Ist sie ja offen? Nein Doch, es ist offen Ich habe sie Ja, aber ich habe sie Okay Ah, verpisst euch mal Scheiss Spinnen Oh 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 Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, ich will hoch Aber die kommen nach oben Uh Uh Ja, aber nicht rein Doch, doch Nö Echt? Ne Doch, die kommen doch rein, durch Aber die... Ja, aber sie kommen nicht Jetzt noch die Schuhe... Der Helm fällt noch... Wer hat noch nie einen Helm? Ui Oh 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 Oh, jetzt multipli... Jetzt multipli... Multiplizieren sie sich schon Ne, addieren Entschuldigung Jetzt addieren sie sich schon Ah Jetzt haben wir Spinne und... Äh Dingens Es gibt auch noch Creeper und Spinnen Echt? Ja, ne, dann jagt ja der Creeper die Spinne in der Luft Ist ja voll scheiss Ja, das ist doch egal Scheiss auf die Spinne Ist doch egal Joker heissen die, oder? Ja Meiner Spider-Joker Oh, es gibt auch noch die Overpowered... Äh... Ah, ist schon fertig Creeper Es gibt ja auch noch die... Oh, die aufgeladenen Ja, die vom Blitz getroffen worden sind Hm Haben wir auch mal ein Video von gemacht, ne? Ja, das war unser erstes Video, was wir zusammen gemacht haben Ja Was passiert, wenn ein Creeper vom Blitz getroffen wird Und es hatte einfach erstaunlich viele Aufrufe Da hat er schon Diamant-Schwert Ja, HZC auch noch Ab Diamant-Schwert Jetzt noch Oh, 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 oh Also machst du jetzt nicht mehr mehr? Ja, weil du davor stehst, keine Ahnung Ähm Ich glaube, da kommt die Blaze Die Blaze sehen wir da Blaze Oh, oh Äh, ja Leute, wir machen jeden Äh, schnipp Pause Äh, ja Scheisse, ne? Wieso ist der Wasser? Ja, eben wegen dem Blaze Mhm Oh, ja Wie es jetzt gleich wird Weiter geht mit den Blaze Seht ihr in der nächsten Folge Vielen Dank fürs Zusehen und bis gleich Tschüss 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 Tschüss